hallo und herzlich willkommen wieder zurück zum unity tutorial zuallererst möchte ich sagen danke dass ihr hier zuguckt ich finde es echt krass dass jetzt schon über 100 abonnenten diesen kanal halt abonniert haben und ich hätte niemals gedacht dass es mal irgendwann so viel werden ich dachte dass es noch relativ klein bleibt aber ich finde es toll das ist echt cool und ich hoffe dass ich euch auch mit meinen tutorials hier helfen kann denn das war ja eigentlich im großen und ganzen der sinn der sache wenn ihr irgendwie hilfe braucht irgendwelche probleme habt noch sind eure anfragen relativ wenig also ich habe noch weniger anfragen bekommen ich habe natürlich hier und da schon viele male irgendwie versucht leuten zu helfen die ein paar probleme hatten bei vielen sogar erfolgreich und stellt eure fragen einfach wenn ich zeit habe kann ich das bearbeiten und kann ich auch mal gucken ob ich euch helfen kann ich brauche immer mal wieder was mich ein bisschen abzulenken von meiner arbeit und studium deswegen ist das nicht so schlimm solange ihr noch so wenige also in anführungszeichen seit ist das alles auch noch machbar so jetzt genug geredet weiter geht's mit dem tutorial heute geht es wieder weiter mit netzwerken zuletzt haben wir jetzt einfach das hier geschafft wir haben unseren kleinen kerl und der kann sich durch die gegend drehen und bewegen und es wird natürlich auch beim rest synchronisiert jetzt machen wir erstmal unser skript auf denn heute geht es uns um bullets wir wollen dass dieser charakter den wir da haben auch ein bisschen rum schießen kann das hat einmal in einer hinsicht halt den sinn dass ihr lernt wie man prefabs synchronisiert denn das problem ist bisher haben wir nur ein einziges prefabs synchronisiert und das ist unser player das heißt dass wir nicht player objekte noch nicht wirklich synchronisieren können über netzwerk und client um das mal zu machen erstellen wir natürlich erstmal eine bullet eine ganz normale kugel so wie wir sie kennen das vier hier die ist ein bisschen weit weg gehen wir mal hier drauf doppelklick dann haben wir sie anvisiert machen wir die ein bisschen kleiner auf 0,2 0,2 0,2 so und das nennen wir jetzt einfach bullet so daraus machen wir jetzt ein prefab wo haben wir das prefab hier das nennen wir auch wieder bullet und da ziehen wir die bullet hinein natürlich habe ich ganz vergessen wir brauchen noch einen rigid body diesen rigid body können wir eigentlich so lassen ich weiß nicht use gravity können wir ausmachen und ansonsten lassen wir so drücken hier auf apply und ihr werdet sehen hier hat es den hinzugefügt als nächstes werden wir diese instanz des prefabs löschen brauchen wir jetzt nicht mehr und gehen in unser skript hinein ja als allererstes möchte ich aber was anderes tun als für diese ja für den rest hier von den prefabs nämlich ich möchte eine funktion die im network behavior ist überschreiben diese funktion lautet public jetzt müssen wir ein override hinschreiben denn wir wollen sie überschreiben public overwrite void on start local player genau und diese ja da haben wir jetzt hier den mist das können wir weghauen und wir nennen wir sagen jetzt einfach dass wir der von diesem player den wir haben jetzt component machen und ups verschrieben jetzt mesh renderer so die nehmen wir jetzt einfach mal und sagen material.color ist gleich color.red das hat einfach den dass wir dann auf dem client und auf dem server den jeweils richtigen markiert sehen also den jeweils richtigen player den wir steuern dass das ganze funktioniert kann ich euch mal fix zeigen wir müssten dafür natürlich wieder das ganze bauen ist natürlich immer wieder ein bisschen nervig aber lässt sich leider nicht verhindern und es baut und es baut und es baut jetzt ist fertig play hier auch noch starten play host der ist rot client der ist auch rot so bewegen wir uns immer raus und ihr seht jeweils der andere ist halt rot gefärbt das ist eine ziemlich einfache methode um das halt zu machen ist ganz praktisch und da könnt ihr euch auch dann halt anhand dessen eure gegner einfärben oder so weit und so weiter habt ihr in vielen spielen dass dann zum beispiel ihr grün seid und die gegner immer rot oder was auch immer wie gesagt macht wie ihr denkt ich wollte das jetzt einfach mal so zur veranschaulichung machen als nächstes geht es weiter mit dem was ich eigentlich tun wollte dafür brauchen wir natürlich erst mal das prefab selbst game object bullet schreiben sollte auch nicht so meins public transform ich bin selbst so blöd um transform zu schreiben also wir haben das game object und die stelle an der die das die bullet halt gespawnt werden soll für alle die es noch nicht wissen wenn man ein game object hat hat dieses game object automatisch ein transform das heißt wir nehmen dann einfach ein empty game object und davon wird dann einfach das transform genommen und dort können wir dann halt damit ja unsere bullets ermitten und jetzt machen wir eine ganz einfache funktion hier also wer das hier alles noch nicht kennt bitte guckt euch die früheren tutorials an da wer wird euch geholfen ich möchte nicht immer alles direkt erklären also ich gehe meistens davon aus dass wenn ihr dieses tutorial guckt ihr auf einem stand seid der halt ungefähr auf dieser nummer des tutorials basiert ja und hier werden wir einfach bloß eine funktion auslösen sie nennt sich fire die müssen wir natürlich jetzt noch erstellen private void fire die wird dann da ausgelöst und in dieser funktion brauchen wir natürlich erst mal ein game object bullet container das ist jetzt die bullet die geschossen wird und die soll natürlich ein game object sein ups und dieses game object soll natürlich instanziert werden und dafür brauchen wir quatsch das brauchen wir nicht sondern das hier bullet bullet spawn bullet punkt position comma spawn bullet punkt rotation so jetzt habe ich es das spawnt jetzt erstmal unsere bullet ganz einfach ganz simpel so wie ihr es gelernt habt dann haben wir hier ein bullet punkt get component rigid body punkt velocity das ist einfach die bewegungsrichtung die wir da einstellen können bullet punkt transform punkt forward so und da dieser bullet transform forward vector den wir hier haben bloß aus einer 1 besteht und dementsprechend das relativ langsam wäre setzen wir das hier aber auf 6,0 sollte passen danach machen wir ein ganz normales destroy bullet comma nach 6 sekunden und fertig schon haut das hin dann speichern wir das ganze mal gehen wieder hier rein ziehen den hier mal kurz hinein hallo jetzt setzen den mal eine sinnvolle position so und geben dem eine ja das ist eine gute frage ich denke ein zylinder geht oder nehme ich doch lieber ein cube ach ist egal ich habe jetzt den zylinder und wir na machen wir so rotieren das in der x richtung dann machen wir das ganze einfach kleiner in welcher richtung machen wir das am besten kleiner 0,3 0,3 nee das war der falsche wert jetzt 0,3 ach ja das behält die richtung 3 das heißt wir müssen das jetzt hier heranschieben das ist ein bisschen lang aber eben noch ein Stückchen kleiner das ist jetzt unser gewehr von diesem gewehr aus erstellen wir ein empty object das ist der emitter ich habe es mit einem t zu wenig geschrieben so und dieser emitter soll natürlich eine sinnvolle position haben und das ist hier vorne beim lauf als nächstes muss ich hier den capsule collider entfernen so und schiebe das alles in den player hinein apply und schon ist das alles im player drin so jetzt geht es weiter damit dass wir nochmal den player brauchen den habe ich ganz vergessen und hier haben wir jetzt das problem es fehlt natürlich die bullet und es fehlt der bullet spawn das heißt wir müssen hier den emitter einfügen und hier die bullet so damit ist das da drin wir können wieder auf apply drücken und hauen das ding wieder raus als nächstes müssen wir beachten wenn wir so eine bullet haben dann gibt es ein ganz ganz großes problem denn die bullet wird nur da gespawnt wo der spieler der sie spawnt auch wirklich halt erzeugt das bedeutet es wird auf dem client gespawnt aber nicht auf dem server um das ganze halt zu machen dass es auch das tut was es soll müssen wir der bullet ein network identity geben hier und auch noch ein network transform hier haben wir es das ganze können wir dann hier bei network manager in registered spawnable prefabs ein fügen ups ich habe nicht getroffen jetzt Mensch jetzt aber hier und damit ist das drin denn das problem ist dass der network manager wissen muss was überhaupt erstellt werden kann und darf und um das zu machen müssen wir das hier alles einfügen sonst funktioniert es nicht als nächstes gibt es auch noch im skript ein problem nämlich wird das ganze nur auf dem client ausgeführt und um das zu verhindern müssen wir sagen dass der client dem server einen auftrag gibt diesen auftrag nennt man command command da haben wir es so das muss in diesen eckigen klammern vor die funktionen geschrieben werden dazu gibt es auch noch ein kleines problem in unity das scheint so konvention zu sein und das muss immer so sein dass bei einem command befehl vorher cmd vor der funktion steht das heißt wir müssen es auch noch hier ändern cmd und schon haben wir diesen command befehl wie gesagt einfach der client sagt dass auf dem server diese funktion ausgeführt werden soll das problem an der sache ist dass wenn jetzt der server diese funktion ausführt sie nicht auf dem client ausgeführt wird also die bullet wird auf dem client nicht gespawnt beziehungsweise sie wird zwar ausgeführt aber die bullet ist nicht sichtbar dementsprechend muss hier ein network server punkt spawn bullet sein damit sagen wir dass auf diesem client die bullet auch gespawnt werden soll das muss unbedingt unter diesem system hier stehen denn das problem ist dass diese bullet auch erstmal die bewegungsrichtung die position die rotation und sowas von vorher braucht um überhaupt gespawnt zu werden so jetzt wenn ich alles richtig gemacht habe falls ich das getan habe sollte es funktionieren ansonsten muss ich nochmal nachgucken so play starten wir das ganze hier kommt unser host da kommt unser client den bewegen wir hier mal ein bisschen weg jetzt müssen wir das ganze mal ein stück rüber schieben damit wir das sehen irgendwie hängt alles fest die bullets werden irgendwie gespawnt aber es passiert noch nicht richtig was ok also müssen wir das noch abändern ja der fehler war jetzt auch schnell gefunden ich habe einfach versehentlich hier statt dem bullet container überall hier bullet verwendet das war nie sehr schlau und ja etwas dämlich container container denn wir wollen ja nicht das prüfer was wir haben verändern sollen dass die instanzierung dessen abändern und genau deswegen hat es einfach nicht funktioniert so save jetzt können wir das ganze wieder bildern und es dauert play play host client schieben wir den mal hier wieder her so da sehen wir jetzt können wir hier schießen und ihr seht auch hier schießt es und ja hier könnt ihr es dann leider nicht sehen weil da geht das bild in den hintergrund aber hier seht ihr noch die geflogenen kugeln so wenn ich schnell genug bin ja da seht ihr es das funktioniert auch so die folge ist ein bisschen lang geworden tut mir leid aber manchmal lässt sich das nicht ganz so raffen wir sehen uns dann einfach beim nächsten mal bis dahin tschüss 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 Vielen Dank.